Das Scherwundgeld Das Experiment Zur Erinnerung, wir wollen uns vorstellen, dass eine Gemeinde ein Schwundgeld einführt und dieses Geldsystem dann beobachten. Fantasieren wir. Ziel und Aufgabe des Schwundgeldes ist klar. Durch den Schwund soll die Zirkulation erhöht werden. Das bedeutet, es sollen mehr Käufe und Verkäufe pro Zeiteinheit getätigt werden. Wir betrachten aber auch das Verhalten ein Jahr nach der Einführung, wenn die anfängliche Euphorie nachgelassen hat und eine Normalität eingetreten ist. In diesem Jahr soll durch den Schwund die Wirtschaftsleistung und damit der allgemeine Wohlstand erhöht werden. Die Anzeigen für den Moment bitte ohne Pomp. Und die Fanfaren würde ich gerne am Ende wieder in voller Länge genießen. Danke. Die Rahmenbedingungen Teilnehmer Nehmen wir an, dass das Schwundgeld in einer Region die nationale Währung ersetzt und als autonomes Währungssystem existiert. Versetzen wir uns in die Situation, wenn es tatsächlich flächendeckend und ohne Ausgleichswährung, welche eine intakte Wertspeicherfunktion hätte, verwendet wird. Nehmen wir weiter 2 Millionen Verwender an, was zum Beispiel ungefähr der Größe der Stadt Wien entspricht. Damit ist, denke ich, ein repräsentativer Bevölkerungsdurchschnitt gegeben. Und alle haben teilzunehmen. Das bedeutet, nicht nur die Stadt beteiligt sich als Herausgeber daran und die stadteigenen Unternehmen, sondern auch die darin befindlichen Supermärkte, Gastrobetriebe und andere Einzelhändler, regional und überregional agierende Konzerne und Großbetriebe, soweit sie im Geltungsbereich Waren absetzen und einkaufen. Beispielhaft gelten folgende Verhältnisse in der Bevölkerung. Hochlöhne, Nettojahreseinkommen von ca. 200.000 Euro pro Jahr stellen ca. 5% der Bevölkerung. Mittellöhne, Nettojahreseinkommen ca. 80.000 Euro pro Jahr stellen ca. 10% der Bevölkerung. Die Übergänge sind fließend. Warum diese Aufteilung? Durch die Einführung des Schwundgeldes ist ja die Hierarchie in Unternehmen und die Einkommenspyramide nicht aufgehoben. Jede Einkommensklasse verhält sich etwas anders. Und in jeder Einkommensklasse muss noch zwischen Unternehmern und Lohnempfängern unterschieden werden. Lohnempfänger erhalten jeden Monat ein Gehalt, dessen Höhe sich in einem bestimmten Rahmen bewegt. Das lohngebende Unternehmen wirkt in gewisser Weise und eher unabsichtlich als Puffer zwischen Markt und dem Arbeitnehmer, der die Schwankungen und Launen des Marktes dämpft. Kurzfristige Umsatzrückgänge werden häufig vom Unternehmen mittels Rücklagen oder Krediten aufgefangen in der Hoffnung auf baldige Besserung. Der Lohnempfänger erhält jedoch seinen vertraglich zugesicherten Lohn. Die Einkommen der Unternehmer können ständig Schwankungen unterliegen. Und sie sind genauso wie Angestellte von laufenden Einnahmen abhängig. Ich bezeichne sie daher gerne als direkt Angestellte des Marktes, da sie dessen Schwankungen und Anforderungen direkt ausgeliefert sind. So wie Angestellte den Launen des Unternehmers oder dem Zustand des Unternehmens. Der Vorgesetzte weist den Angestellten an, wie und was er zu arbeiten hat, der Kunde weist den Unternehmer an. Daher kommt der Spruch, der Kunde ist König, allerdings nur, solange er zahlt. Wird die Forderung des Kunden für den Preis zu hoch, muss vielleicht neu verhandelt werden oder dieser sich einen anderen Anbieter suchen. Bedenken wir noch, dass in einem Geldsystem jeder zum anderen in Konkurrenz steht. Mit dem Geld, das der eine einnimmt, kann ein anderer nicht seine Rechnungen bezahlen. Somit steht grundsätzlich der jeweils eigene Vorteil im Vordergrund. Die Händler stehen gegeneinander in Konkurrenz um Kunden. Die Lohnarbeiter um Lohnarbeitsplätze. Sieht man Lohnarbeiter als Anbieter von Arbeitskraft, gibt es nur noch Händler, die um Kunden konkurrieren. Damit das Geld angenommen wird, wird es zunächst entsprechend hoch bewertet. Um Rentner und Niedrigstlöhner nicht in Bedrängnis zu bringen und als Kunden zu verlieren, beträgt der Schwund 1% des Ursprungswertes und vermindert sich monatlich ab Ausgabedatum, welches auf dem Schein vermerkt ist. Kassierer und Kellner stöhnen bereits jetzt, da sie nicht nur den Schein selbst, sondern auch dessen Ausgabedatum mitrechnen müssen. Das Kassieren wird umständlicher und die benötigte Zeit dafür pro Kunde verlängert. Vielleicht ein Markt für eine entsprechende Maschine? Wir werden noch definitiv das Buchgeld als Schwundgeld konzipieren. Bei Buchgeld lassen sich keine Einheiten verfolgen. Die Verrechnung des Schwunds pro Einheit wäre ein gewaltiger Rechenaufwand und jede Einheit müsste bis zu ihrer Schöpfung durch die Gemeinde zurückverfolgt werden. Hierzu bräuchte es Großrechner. Allein der Energieaufwand würde die möglichen Vorteile vernichten. Aber um den Effekt des Schwundgelds zu haben, muss ein Schwund eingearbeitet werden. Es wird festgelegt, dass die pro Monat eingehende Gesamtsumme mit Beginn des zweiten Monats nach Eingang monatlich 2% ihres Ursprungswertes verliert, bis der Wert so niedrig ist, dass er weniger als ein Hundertstel einer Einheit beträgt. Vor allem Einlagen auf Sparkonten, wie auch immer geartet, werden mit einem Stichtag zum Schwundgeld. Der Sinn des Schwundgeldes ist ja, das Sparen, also das Horten von Geld, fachlich ausgedrückt die Schatzbildung richtig madig zu machen. Daher verliert auf der Bank gelagertes Geld schneller an Wert als bares. Den zusätzlichen Verwaltungsaufwand zum Abzug des Schwundes nach einer gewissen Zeit übernimmt eine schlichte, einfache Programmroutine. Diese muss von den ansässigen Geschäftsbanken in die Software für die Kontoführung und Kontoverwaltung eingearbeitet werden. Eine KI oder gar ein Quantencomputer ist dazu, denke ich, nicht erforderlich, da wir ja nur die monatlich eingegangene Gesamtsumme berücksichtigen. Gehälter Treffen Gehälter durch betriebliche Umstände weniger als fünf Tage vor einem Monatswechsel ein, womit ein Schwund eintreten würde, behalten diese ihren Wert für einen weiteren Monat. Veranlagungen Werden Gewinne als regionales Geld veranlagt, sind sie innerhalb der Region vermögenswirksam. Es muss damit gemäß den Zielen des Schwundgeldes als Guthaben gezählt werden und unterliegt damit dem zweiprozentigen Schwund. Das heißt, damit sich die Anlage rentiert, muss die Rendite mehr als zwei Prozent betragen oder kürzer als einen Monat laufen. Veranlagt der Vermögende das Geld außerhalb der Region in einer Fremdwährung, zahlt er einmalig fünf Prozent. Was wird der Anleger tun oder geht die Veranlagung zurück? Der Zins Wie in vielen Schwundgeldkonzepten angedacht, darf die Bank keine Zinsen auf Kredite erheben. Wovon lebt die Bank? Selbst islamische Banken, bei denen der Zins ebenfalls verboten ist, erheben eine Gebühr. Tun wir das auch und überlassen die Höhe der jeweiligen Bank. Des Wettbewerbs wegen Noch eine Anmerkung Es erscheint sonderbar, dass, wenn der positive Wert, also das Guthaben auf der einen Seite, das durch den Kredit entsteht, schwindet, die Schuld aber bestehen bleibt. Wie würde sich die Bank verhalten, wenn auch die Schuld des Kreditnehmers schwinden würde? Eigentlich könnte es ihr egal sein, weil mit der Gebühr ja ihr Gewinn bereits eingestrichen ist und mit jeder Rückzahlung nur von ihr geschaffenes Geld verschwindet. Aufschlag Damit nicht zügig in eine andere Währung mit intakter Wertspeicherfunktion umgetauscht wird, wird dafür eine hohe Gebühr aufgeschlagen. Hier stellt sich allerdings bereits die nächste Frage. Wenn diese Währung mehr Vorteile bietet, mehr Wert ist, warum sollte das dann jemand tun? Man kann in einigen Ländern beobachten, dass die jeweilige Landeswährung gerne in eine bessere Fremdwährung umgetauscht wird. Wenn also mit der eigenen Währung eine Versorgung gesichert oder sogar leichter ist, warum sollte also das Bestreben existieren, diese umzutauschen? Fantasieren wir weiter und erheben eine Gebühr. Beim Chiemgauer beträgt der Aufschlag zum Umtausch 5%. Beim Wörgel waren es 2%. Damit dieser Aufschlag wirksam ist, muss er bedeutend sein. Er darf jedoch Händler, welche überregionale Waren einführen oder Produzenten, die Güter aus der Region ausführen und damit Geld in die Region holen, nicht gefährden. Wir sehen, dass ein solches Geldsystem den überregionalen Austausch von Waren noch weiter verkompliziert. Wie in Zeiten vor dem Euro, als noch jedes EU-Land seine eigene Währung hatte. Touristen könnten dadurch abgehalten werden, Besucher die Gegend meinen. Der Fremdenverkehr wird nicht glücklich sein. Wenn es nicht nur ein paar neugierige Wirtschaftswissenschaftler sein sollen, braucht es schon ein ziemlich starkes Touristenmagnet, damit der Fremdenverkehr nicht zu sehr abfällt. Andererseits braucht es doch auch gravierende Hindernisse, damit sich Touristen wirklich abhalten lassen. Halten wir uns an den Chiemgauer und erheben beim Umtausch in eine Fremdwährung eine Gebühr von 5% des Umtauschwertes. Nun wäre ein Name noch ganz nett. Name Was mir gerade jetzt beim Schreiben auffällt, die meisten Namen für Zahlungsmittel wirken männlich. Der Dollar, der Euro, der Renminbi, der Yuan, der Rubel, der Drachme, der Schilling, der Groschen und der Pfennig. Das englische Pfund ist im deutschen Sprachraum sächlich. Nur die türkische Lira ist weiblich, soweit mir bekannt. Die D-Mark und die italienische Lira waren es auch, aber die wurden abgeschafft. Komisch, dass der Genderwahn hier noch nicht eingebrochen ist. Ein weiterer verbreiteter weiblicher Währungsname ist die Krone. Ich denke, das ist passend und wirkt ausgleichend. Ich will ja deeskalieren. Als Namen für unser Schwundgeld wähle ich, völlig undemokratisch und in Abstimmung mit mir selbst, fiktive Krone, abgekürzt FK. Und ich spreche diese beiden Buchstaben jetzt nicht zusammenhängend aus. Die Teilung wird Krümel genannt und 100 Krümel sind eine Krone. In den nächsten Beiträgen versetzen wir uns in jeweils einen Vertreter der oben aufgeführten Einkommensgruppen. Je einmal als Unternehmer und einmal als Lohnempfänger. Soweit möglich. Regionalpatriotismus und Heimatverbundenheit lassen wir hierbei außen vor. Menschen kaufen nicht um des Kaufens willen oder um den jeweiligen Händler zu stützen, sondern aus Eigeninteresse, weil sie Dinge benötigen oder sich wünschen oder weil sie den Wert eventuell dem Schwund entziehen wollen. Vielleicht schreiben Sie mir in die Kommentare, in welcher Einkommensgruppe Sie sich selbst sehen und wie Sie sich verhalten würden, wenn Ihr Vermögen auf dem Konto jeden Monat 2%, Ihr Barvermögen 1% verlieren würde. Wie als Unternehmer, wie als Lohnempfänger. Ich bin gespannt, ob ich mit meinen Vermutungen richtig liege oder deutlich daneben. Für den Moment danke ich fürs Zuhören und wir hören uns im nächsten Beitrag. Fanfare und wir hören uns im nächsten Beitrag. Ich bin gespannt, ob ich mit meinen Vermutungen richtig liege